Ja, meine Damen und Herren, hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge meines Let's Plays von Warhammer, Chaos Bane. Hier ist der Skull von deinem Champion, der Blutbohrn. Jetzt ist es deinem Turnier. Ich versuche dich zu einem Kampf zu der Tod. Fass mich oder bleibst du von deinem fehlten Gott immer wieder. Ein pathetischer Wettbewerb, du hast die Macht des Kornes verarschen. Destroie ihn. Riebe ihn aus. Ich komme nicht raus. Ich war da gestanden. Ich muss um die rum rum. Ich habe da viel zu wenig... So, hier können wir besser fighten. 10 Sekunden. Ich komme da nicht raus. Die stunnen mich so, die Penner. Jetzt könnte es passieren, dass wir relativ... Nein, ich bin schon wieder in beschissenen Position. 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 Nein! Oh, die werden mich töten, wenn wir nicht sterben. Einer ist explodiert. Geh aus dem Weg. Ich sag, ich bin landfähig. Der Fältlinge abgeholt. Er denkt nicht, dass du wert bist, Kapitän. Du musst ihm prüfen. Und er suggeriert, dass du so viele von seinen Followern wie kannst. Je länger du überlebt, desto stärkeres Red Axe wird in seinem Wohlstand. Geh aus dem Wohlstand. Du kannst hier nicht triumphieren. Korn-Rebeln in der Schlauchung. Alle Todesendung ist eine Offenung des Blut-Gohls. Du sahst den Weltwind-Mortal. Oh, bald wirst du seine Führung wissen. Haben wir das jetzt einfach nur recycelt? Aber jetzt scheint es viel von diesem gelben, ähm, Zeug zu geben hier, wenn ich mal gucke. Aber wir kriegen jetzt, oh Gott, wir sind jetzt auch Level 29 schon, aber wir kriegen jetzt viel mehr davon. Ey, die haben jetzt einfach das Level nochmal recycelt und ich muss das Level nochmal machen, das ist echt lame. All the fight until my last breath. Ja, gut, ich kann immer wieder nochmal Zeug einsammeln. Ah, kennt ihr das, wenn der so nur da sitzt und da kappelt einem ne Fliege die ganze Zeit über den Arm, man kann sie nicht wegmachen, weil man... Das ist eklig. Über meinen Arm, äh, meinen rechten Arm, die geht mit dem Maus. So, ne. Aber ihr wisst, was ich meine. Naja, wie ist es, lässt sich damit nochmal meine Rage-Fähigkeit auffüllen. Fühlen. Das hat sich jetzt sehr richtig gelohnt. Ich kann's do that, Trump. Oh, konnte man diese Scherben nochmal, oder diese Fragmente nochmal irgendwo einsetzen. Irgendeine, ich weiß es nicht mehr, an irgendeiner Stelle. Man konnte irgendwas damit... Oh, ich weiß es nicht mehr, man, es ärgert mich. Das war's nicht so gut. Ich kann mich nicht mehr, bei mir. Ich kann das so feelingайisch. Ich kann mich nicht mehr schявieren. Ich kann mich nicht mehr, bei mir. Ich kann mich nicht mehr, bei mir. Nein, 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 ich hab gar nicht aufgepasst, oh, ich hab einfach mal so im Automatikmodus gekämpft, du, 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 einfach mal drauf gehackt, alter. Ich hab grad nicht aufgepasst, mir ging es tatsächlich mehr darum, jetzt diesen Wage-Bonus nicht zu verlieren. Wir sind das Das war's für heute. Ist der Ring größer geworden? Das sah gerade nur so aus. Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Das ist mittlerweile so viel, dass es gar nicht mehr abnimmt, wenn ich jetzt nur mit rechter Maustaste angreife. Das war's für heute. 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 Oh. Das war's für heute. 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 nein 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 das machen wir heute nicht das war jetzt sehr sehr knapp da unten da rechts ist dann wieder ich glaube level 30 ist max weil wir kriegen ja nichts mehr hinzu das ist nicht meine kiste hier trug da ist rotachs da also wir gehen die karte man auch da oben ab dass die kiste red x ist gone how can this be a champion of korn never runs from battle not unless there was a chance to strike and even greater blow against his enemies what do you mean the death of so many powerful warriors would make a mighty offering to kohlener toll auch noch ein blutdemont keine ahnung was das ist schrecklich some kind of demon aren't you a greater demon the mightiest of those that serve korn a bloodthirster is savagery inkarnate if it isn't stopped it was oder doch wir kriegen noch level dazu hier no one in kislev will be safe all right how do i find red x leave it to me text kick wie 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 was for a lot the gods go with you captain if redax summons the blue nice ja doch geht noch weiter mit level Oh, meine Tür knallt die ganze Zeit im Hintergrund. Schneller Handel, seltene Gegenstände. Das meine ich, hier gibt es noch Heldengegenstände. Alles weg damit. Alles weg damit. Gut, meine Lieben. Aber ich würde sagen, wir machen jetzt an der Stelle Feierabend. Wenn es euch gefallen hat, schreibt es mir in die Kommentare, gebt mir einen Daumen nach oben und ich hoffe, wir sehen uns morgen wieder. Bis dann. Ciao.